Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. In der folgenden Folge haben wir angefangen hier unten Minengänge zu bauen und so weiter. Ich glaube, ich sollte doch die Kohle holen. Ne, ich hol sie doch nicht. Wir haben eh kein Holz dabei. Sonst hätte ich schon mal das Eisen geschmolzen, dass wir das haben zum Verarbeiten. Aber naja. Ja, weil die Spitzhacke ist gleich auch wieder kaputt. So. So. Jetzt treffen wir wieder auf gar nichts. Das ist nicht so schön. Dann mal, wenn wir genug Materialien haben, können wir uns auch mit genug Gunpowder haben, mit TNT weiter Minenschächte bauen. Das geht ja auch. Ja, da bin ich eins zu weit. Da habe ich Eisen. Ach, nicht nach unten immer bauen. Das ist zu gefährlich. Das kann noch lang dauern. Ja, das ist noch letztens. So. Können wir die auf dem Boden mitnehmen? Nach dem Gang müssen wir auch mal wieder nach oben Material auffrischen. So, da haben wir Kohle. Die nehme ich gerade mal mit, weil wir sie doch brauchen. Fackel hinstellen wir auch nicht schlecht. Da sehen wir wenigstens was. Ja, und da ist die. Komm. Was soll's? Wir müssen hoch. Ach Gott, das kann lange dauern. Ja, ihr mich auch. Hier wimmelt's nur von Gängen. So. Gleich sind wir ja oben. So. Ist schon wieder mitten in der Nacht. Ich tue mal das Ganze hier so. Baum habe ich die... Habe ich die gerade... Keine Ahnung. Da unten dürfen auch keine Messbonnen. So. Knochen haben wir... Ganz viele Kappels. Haben wir... Ja, da unten auch nochmal. Mittlerweile Redstone. So. Gold haben wir auch. Das brenne ich mal noch nicht. Das wäre ja Verschwendung. Ähm. Also Verschwendung von Kohle. Irgendwo war da auch Holz. Ja, da haben wir Holz. Das nehme ich mal mit. Sticks haben wir da auch noch. Ich mache mir dann einfach neue. Ich bau mal hier so. Ich bau unten mal so ein kleines... Dings auf. So. Mach ich mal zwei, drei Stück. Kohle nehme ich mit. Die Eichenholzbritte auch. Cobblestone kriegen wir ja dann unten. Ich mache mir jetzt noch von hier oben mit dem Material nochmal ein paar... Hacken. So. Was auch nicht schlecht wäre, wäre... Die legen wir mal ganz nach vorne. Die eher brauchen. Ich hoffe danach. Fackeln mache ich mir auch mal gerade ein paar. Sticks haben wir ja noch dabei. Haben wir nicht mehr. 25... 12 Fackeln mache ich mir mal gerade. Insgesamt 50. Essen haben wir. Das macht unser Weizen. Das ist auch sehr schön. So. Na, das verrottene Fleisch will ich jetzt gerade nicht essen. So. Was macht unser Weizen? Da wurde das auch schon mal sehr gut. Das tue ich mal wieder da hinzu. Fällt eigentlich gar nicht auf, dass wir hier was weggenommen haben. So. Essen nehme ich mir noch mal ein bisschen mit. So. Und dann gehen wir wieder runter. Ja. Wir müssten alles haben. Naja. So lange dauert es ja nicht. Sind wir bei 15. Wir sind bei 15. Crafting Box stelle ich mal da hin. Dann mache ich mir noch eine Kiste. Kiste für Cobblestone. Die mache ich auf die anderen Seite. Das ist für die Wertsachen dann. So. Wertsachen hier rein. Das können wir auch mal hier rein machen. Hier das so. So. Und dann geht es mal weiter. Ein bisschen Cobblestone hätte ich noch mit runter nehmen sollen. Aber egal. So. Moment. Da hat mein Handy vibriert. Weiter geht's. Tut mir leid. Ähm. Ja da entlang. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Kabel. Das Loch hier wieder zu schließen. 16 Kohle haben wir wieder da rausbekommen. Das ist schon mal gut. Die Lava macht mich auch verrückt. Ich sehe gar nichts. So. Da stelle ich meine Fackel hier hin. ein bisschen Licht hier reinkommt. So. Ja da hat es kurz gelackt. Lackt. Lackt. Was weiß ich. Schon wieder. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir die Lava immer näher kommen. Ich glaube, das lag gerade, weil ich im Hintergrund im Ränder bin. Und es gerade fertig wird. So. Oder fertig wurde. Da ist Eisen. Ist immer schön. Geht's ja irgendwo noch. Nein. Schade. Ach, wir sind schon wieder viel zu weit. So. Wir schauen dann ab in den nächsten Gang. So. Hier rein. Ich weiß, es ist nichts Besonderes gerade, aber... Ich... Wiss... Okay, das... Tu ich mal so. Einfach mal weiter bauen. Gott, habe ich mich erschreckt, ey. Das... Boah. Das gibt's nicht, ey. So. So, 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 so. Ja, ja, die Minenarbeit, die ist ganz schön langweilig. So. So. Da ist schon wieder zu dunkel. Jetzt sind wir auch schon wieder bei 300. Wir finden echt sehr viel. Gott, wie viele Gänge wir schon gebaut haben. Echt nicht nur mal. Wir müssen die aber bauen. So. Da ist auch schon wieder Kohle. So. Ich will es gleich abbauen. So. Mit den Dead Space Folgen. Ich weiß nicht, weil ich hier auf den Lehrgang gehe. Ich weiß nicht, ob ich die... Ähm... Alle zwei Tage schaffe. Also, dass ich bis dorthin so viel aufgenommen habe. Das ist auch reicht. Naja. Bin dann ja eine Woche weg. Da ist auch wieder Gold. Ist immer gut. Das baue ich gleich ab. Und da ist uns auch die Hacke. Zersprungen. Da war das Gold. Und sogar viel. Nicht wenig. Ja. Und da rutscht Skravil nach. Zum Glück nur eins. Über uns. Na, ich baue gerne nicht so über uns ab. Und ich höre ständig die da. Aber ich glaube, die ist unter uns. Da kann sie auch bleiben. Da war auch noch mal Eisen. Ich könnte ja nachgucken gehen. Das mache ich gerade mal hier. Einfach nur aus reiner Neugier. Ja. Wie ich es gesagt habe, ne? Ähm. Nein. Ja. Nur, ähm. Reine, aus reiner Neugier. So. Na ja, komm. Machen wir das Ding wieder zu. Die Kohle noch mitnehmen. So. Habe ich die Kohle noch mitgenommen. Huch. Na ja. Ähm. Ja. Jetzt sind die Gänge da. Gut. So. Baue ich mal ein paar Öven. So, zwei Stück. Bis wir nicht andauernd hochlaufen müssen. Die 26 Kabel ist da und nehme ich mal mit. So. Die Zeit ist auch gleich wieder um. So. Auch gut. Ich mache den Gang noch fertig und dann ist die Folge, also die Zeit auch schon wieder um. So. Ich sehe nichts. Wieder ziemlich dunkel. Oh, nö. Nein, so viel ist es nicht. Nur ein bisschen. So. So. Ich sehe wieder nichts. Und da ist auch wieder die Minecraft Musik. Da ist Eisen. Das baue ich auch nochmal ab. So. Na ja, im Legengang war nicht besonderlich viel. Aber wir haben schon eine Menge geschafft in der kurzen Zeit hier. Damit ist auch wieder die Zeit um. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Und da wird es ja genau auch noch mehr. Und da sind das einsch Honoriert. Und da ist es ein Punkt. Und da ist es hier. Und da ist es sich jetzt da.